Wir von OB wissen, what's inside matters. In unseren Tampons, deinem Körper und unserer Umwelt. Deshalb verwenden wir nur pflanzlich basierte Materialien in unserem saugfähigen Tamponkern und in unseren zu 100% recycelbaren Kartonverpackungen und stellen sicher, dass diese Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC-zertifizierten Wäldern in Europa kommen. Wir sind stolz darauf, dass unser Hauptproduktionsstandort in Deutschland schon zu 100% Ökostrom nutzt und haben das ehrgeizige Ziel, dass dies bald alle unsere Standorte tun. Und das ist noch nicht alles. Wir haben weitere große Pläne für die Zukunft. Unser Ziel ist es, in unseren Tampons und unserer Verpackung nur noch pflanzlich basierte und nachhaltige Materialien zu verwenden, wann immer möglich und Applikatoren aus Plastik weltweit abzuschaffen. Alles, um die Auswirkungen auf unsere Umwelt zu minimieren und selbstverständlich ohne Kompromisse bei Schutz, Komfort und Sicherheit. Nicht zuletzt ist uns die Umwelt genauso wichtig wie dir. Deshalb erinnern wir alle daran, dass Periodenprodukte verantwortungsvoll entsorgt werden sollten, damit sie nicht in unseren Ozeanen landen. Lasst uns dafür sorgen, dass Tampons niemals die Toilette heruntergespült, sondern immer über den Hausmüll entsorgt werden. Denn ein gesundes Leben erfordert einen gesunden Planeten und wir alle tragen unseren Teil dazu bei, den Ort, an dem wir leben, zu schützen. Mach mit. What's inside matters. Obe. Think. Feel. Do.